Musik Ey Mann, ich hab heute Morgen Kaffee getrunken und schönes Ei gegessen. Und Apfel. Äh? Der fängt ja schon wieder gut an, der Morgen. Dann muss ich jetzt wieder den ganzen Tag mitmachen, Scheiße. Äh. Ja, Oni, wir müssen ja auch den ganzen Tag mitmachen. Hä? Hä? Ja, Junge. Weißt du was? Ich hab heute Nacht geträumt, du wärst gestorben. Jetzt seh ich deine dumme Fresse wieder hier. Scheiße, verdammt, Junge. Hey, Captain, kann ich Ihnen noch ein Blasen, bevor Sie schlagen gehen? Ja, erst rein, Alter. Da hat die Alte was ordentliches im Hals und ich hab die Gicht, oder? Hä? Wenn du die Alte ballern willst, dann bitteschön, oder? Äh. Also, an die Alte geh ich mit der Kneipzange nicht. Äh. Da hol ich mir lieber meine Aufblasbarer aus dem Keller. Die wehrt sich wenn es nicht, wenn man sie haut. Dann müssen wir euch zutreten. Also, ich hab keine Gummipuppe. Nur Gummibärchen. Dann musst du nur bei mir gucken, mein Bär ist garantiert nicht aus, Gummibärchen. Du bist eine böse Tante. Ich will die hier. Hm? Hm? Äh. Und die Scheiße muss ich mir jetzt wieder den ganzen Tag anhören. Einen geilen Kanzler, einen blöden Riker und einen blöden Blecheimer da vorne auch noch. Hm. Äh. Was ist da denn hier? Äh. 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 W-w-w-w-wurzeln. Äh. 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 Ich weiß nicht, soll Scheiß. Aber Malz in der Nahrung, wo sind ganz viele Vitamine. Äh. 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 Vitamine zum Nahrung oder was? Die hab ich auch in Fritten. Was? In Fritten? Ja. 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 Ja.